Hast du gewusst, dass die NDR Hofgeschichten auf YouTube jetzt auf einen neuen Kanal umgezogen sind? Nee, das habe ich noch nicht gewusst. Aber es ist eine schöne Idee. NDR auf dem Land heißt der. Da findest du alle Videos rund ums Landleben. NDR auf dem Land? Klingt interessant. Und da laufen dann unsere Hofgeschichten. Jeden Freitag gibt es da eine neue Folge. Gut, ne? Ja, super. Und dann müssen die Leute einfach da klicken und dann können sie es anschauen. Ganz genau. Viel Spaß. Jo, danke. Und ihr guckt jetzt auch die neuen Hofgeschichten auf NDR auf dem Land. Viel Spaß dabei.